Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute eine kleine Runde Quickdraw. Ein kleines Zeichenspiel, in dem es darum geht, dass wir Sachen zeichnen, die uns vorgegeben werden und eine Computerintelligenz muss versuchen, das Ganze zu erraten. Ich hab das irgendwann schon mal gespielt, ähm ja, aber nicht so viel geredet, fangen wir doch einfach mal an, dann erkennt ihr schon, worum es darum geht. Okay, Flamingo-Zeichen, Flamingo, das schaffen wir, das schaffen wir. Und, ähm, ich hab 20 Sekunden, wie zeichnen wir einen Flamingo? So, ähm, ich würd' sagen, ein Fuß, den zweiten. Ich sehe Linie. Du siehst ne Linie. Oder Wippe. Oder Bein. Okay, okay, okay. Oder Schneeflocke. Oder Pilz. Das ist ein Flamingo, Junge. Ah, jetzt weiß ich es, Flamingo. Alles klar, alles klar, okay, du hast den Flamingo erkannt. Hochhaus, hochhaus, 20 Sekunden, okay. Zack, zack, zack. Ich sehe Linie. Fenster. Ah, jetzt weiß ich es, Hochhaus. Wir sind der beste Künstler der Welt, Leute, okay, okay, okay. Okay, Zahnbürste, 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 okay, äh, da, da, da. Ich sehe Bank. Da, da, da. Oder Tastatur. Äh, ja. Oder die chinesische Mauer. Äh, was? Oder Kreuzfahrtschiff. Ja, du bist auch ein Kreuzfahrtschiff. Ich sehe Bett. Ja, ja, ja. Oder Schuh. Oder Zaun. Wau, 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 was, 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 ja, ja, äh. Als ob du die Zahnbürste nicht erkennst. Das konnte ich leider nicht erraten. Du bist so schlecht, du bist so schlecht, Intelligenz. Okay, was, wie zeichne ich ein Kissen? Wie zeichne ich, verdammt nochmal ein Kissen? Okay, ähm. Ich sehe Kanu. Oder Schnörkel. Oder Schuh. Kissen. Oder Erdnuss. Das ist ein Kissen. Ich sehe Teich. Das ist ein Kissen. Oder Rollerskattel. Ja, du bist ein Kissen. Oder Krankenwagen. Oder Transport. Das ist ein Kissen. Ich sehe Steak. Das konnte ich leider nicht erraten. Ja, ja, ist alles klar, alles klar. Ja, ja, du mich auch. So, und weiter geht's mit einer Giraffe. Okay, wie zeichne ich die, äh, die Giraffe? Dö, 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 dö. Das ist ein Bein. Das ist ein zweites Bein. Ich sehe Ohr. Ah, jetzt weiß ich es. Giraffe. Bam, so macht man das. Okay, Krankenwagen, Krankenwagen, Krankenwagen. Zack, 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 zack. Ich sehe Bank. Rifen. Oder Auto. Rifen. Oder Transporter. Zack. Oder LKW. Zack, 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 zack. Oder Traktor. Sirene. Ah, jetzt weiß ich es. Krankenwagen. Die Sirene, Leute. Die Sirene. Okay, und, ähm, was haben wir alles erraten? Äh, wir haben, ähm, das Kissen und die Zahnbürste. Die Zahnbürste, Leute, hat man doch erkannt. Eine Weinflasche, eine Weinflasche. Okay, okay, easy, Leute, easy, easy. Ähm, 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 zack, 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 zack. Ja, du, du bist auch ein Nagel. Und, äh. Ah, jetzt weiß ich es. Weinflasche. Warte, schlechteste Weinflasche der Welt. Aber ist okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ähm, blitzt. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ah, jetzt weiß ich es. Blitzt. Das Spiel kann so leicht sein, mach mal so viel Zeit sein auch. Okay, und, ähm, wie, 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 wie mach ich jetzt einen Schwan? Wie, 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 wie mach ich einen Schwan? Okay, easy. Ich sehe Nagel. Ja. Oder Hochhaus. Oder Knie. Ich sehe Flamingo. Ja, du bist auch ein Flamingo. Ah, jetzt weiß ich es. Schwan. Äh, Spiel, Spiel, was ist los? Okay, okay, äh, Avocado, Avocado, Avocado. Wie, wie, wie schaut normal der Avocado aus? Das ist doch so ein schwarzer Batzner. Ich sehe Regenbogen oder Apfel. Äh, wie schaut dem Avocado aus? Verdammt, wie schaut ne Avocado aus? Oder Brombeere. Oder Gaseschlauch. Ich schreibe jetzt einfach hin. Oder Eishockey-Pug. Das konnte ich leider nicht erraten. Der steht da. Ich hab's hingeschrieben. Ich hab's hingeschrieben. Okay, okay, jetzt nehmen wir einen Hut. Jetzt nehmen wir schön einen Hut. So, zack, das ist ein Hut. Ich sehe Hose. Ah, jetzt weiß ich es. Es ist Hut. Danke. Okay, jetzt zeichnen wir ein Auto. Das beste Auto der Welt. Okay, passt auf, Leute. Das beste Auto der Welt. Ich sehe Ellenbogen. Oder Quadrat. Ja, du bist auch ein Quadrat. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Das, ob du das nicht erkennst. Ich sehe LKW. Nein, jetzt kein LKW. Ah, jetzt weiß ich es. Auto. Eine Treppe. Eine Treppe. Okay, easy, Leute. Treppe. Zack, 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 zack. Ah, jetzt weiß ich es. Treppe. Easy, Leute. Easy. So spielt man dieses Spiel. Den Eiffelturm. Okay, okay, okay. Der Tür der Eiffel. Ich sehe Linie. Oder Besen. Ah, jetzt weiß ich es. Den Eiffelturm. Uh, okay, äh, soll ich eine Fliege oder eine, wie, wie, wie mache ich die? Okay, ich habe eine Idee. Zack und zack. Ich sehe Regenlum. Oder Schnurrbart. Das ist eine Fliege. Oder Bratpfanne. Jetzt ist es eine Fliege. Ich sehe Achterbahn. Das ist eine Fliege. Oder Gartenschlauch. Was? Oder Lutscher. Nein, du bist eine Fliege. Ich sehe Wasserrutsche. Junge. Oder Ventilator. Was? Oder Basketball. Das. Das konnte ich leider nicht erraten. Spiel. Spiel. Ohne Witz. Was soll ich denn noch zeichnen? Ich sehe Narben. Oder Zelt. Oder Berg. Oder den Eiffelturm. Oder Flamingo. Ja, du bist auch ein Flamingo. Ich sehe Kamel. Ja, du bist auch ein Kamel. Oder Drachen. Oder Mücke. Oder Yoga. So, Mr. Krabs ist am Start. Das konnte ich leider nicht erraten. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich mag das verdammte Spiel nicht mehr. Aber jetzt sei ich nämlich eine Stereoanlage. Ich sehe Eishockeystock. Ja, du bist auch ein Eishockeystock. Oder Leuchtstift. Oder Golfschläger. So, Stereoanlage. Ah, jetzt weiß ich es. Stereoanlage. Aber die Krebs und die Fliege. Aber die Krebs. Okay, jetzt kommt der Elefant. Jetzt kommt der Elefant. So, ein großes Ohr. Ich sehe Kreis. So, dann hier der Kartoffel. Oder Gartenschlauch. Oder Saxophon. So, hier der Rap vom Elefant. Oder Teekanne. Ah, jetzt weiß ich es. Elefant. Aber warum hast du meine Fliege nicht erkannt? Der Krebs, okay, da können wir drüber reden. Aber, ja, was soll das? Was soll das? Ah, Spiel. Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme. Easy, Leute, easy. Zack, zack, zack. Ich sehe Diamant. Eine Kugel. Oder Zick, zack. Zweite Kugel. Oder Hose. Dritte Kugel. Oder Stern. Das ist Eiscreme. Eiscreme, danke, 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 okay. Die Giraffe hatten wir gerade schon so easy, Leute. Die hatten wir gerade schon so easy. So, ein Bein. Ich sehe Bein. Zwei Beine. Oder Kronleuchter. Drei Beine. Ah, jetzt weiß ich es. Giraffe. Danke, danke, danke. So, jetzt machen wir hier einen Einarm hin. Ich sehe Straßenlaterne. Zwei, oh Gott. Oder Flammingo. Ich habe so verkackt. Ich habe so verkackt. Ich sehe Zange. Hier muss noch ein Arm hin. Ich muss hier einen Schwanz hin. Ich sehe Tintenfisch. Oder Yoga. Das ist eine Affe. Oder Elefant. Eine Affe. Bitte. Das konnte ich lange nicht geraten. Nein. Das war eine Affe. Oh, okay, 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 okay. Bilderrahmen. Easy. Ich sehe Nagel. Bilderrahmen. Oder Quadrat. Bilderrahmen. Ah, jetzt weiß ich es. Bilderrahmen. Ich hasse dich spielen. Mach mal, legst du mich so auf. Spiel, du legst mich so auf. Okay, eine Leiter, Leiter. Easy, easy, Leiter. Easy, Leiter. Easy, die Leiter. Easy, die Leiter. Oder Zaun. Ja, ich kann mir Zeit lassen. Oder Hochhaus. Oder Gefängnis. Ich sehe den Eiffelturm. Wehe, du erkennst die Leiter nicht. Ah, jetzt weiß ich es. Leiter. Danke, 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 danke. Okay, Ameise. Ich sehe Kreis. Oder Kartoffel. So, das ist eine Ameise. Oder Gartenschlauch. Das ist eine Ameise. So, zack, zack, zack. Ich sehe Teekanne. So, da kommen noch die Beine weg. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Das ist eine Ameise. Ich bin ratlos. Du bist. Das konnte ich leider nicht erraten. Das ist die beste Ameise aller Zeiten. Danke. Okay, okay. Nee, ich mag nicht mehr. Gut, Leute. Das Spiel hat mich aufgeregt. Bitte, 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 wenn ihr wollt, dass ich das nochmal spiele, das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht, dann, ja, schreibt uns dort die Kommentare so. Macht das nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und, ja, ich würde sagen, ja, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich beruhigt habe. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.